Die Geschichte von Red Bull und wie Dietrich Mateschitz eine Revolution in der Gastronomie lostrat. Los geht's und nicht vergessen, wenn ihr etwas zur Gastronomie lernen wollt oder euch in der Gastronomie selbstständig machen wollt, solltet ihr unbedingt diesen Kanal abonnieren. Red Bull, 1984 gegründet, hat sich Dietrich Mateschitz oder auch Didi genannt, von einem funktionalen Getränk aus Ostasien inspirieren lassen. Er entwickelt ein neues Produkt mit einem einzigartigen Marketing-Design und brachte somit den Roten Bullen 1987 nach Österreich. Es war die Geburtsstunde der Energydrinks. Aber nochmal langsam, wie ging das eigentlich alles los? 1982 entdeckte Dietrich Mateschitz in Thailand das Getränk Kratting Deng, was Reisenden half, den Jetlag zu überwinden. 1984 wurde dann Red Bull gegründet, also drei Jahre bevor der Drink wirklich in Österreich auf den Markt kam. In diesen drei Jahren arbeitete Didi an der Formel von Red Bull, dass sie auf den westlichen Markt passt, überlegte sich die Positionierung der Marke und entwarf das weltweit bekannte Design, die silberne Dose mit dem blau-roten Schriftzug. 1987 war es dann soweit, Red Bull kam in Österreich auf den Markt. Es war der Start der Energydrinks in Österreich. Man erzählt sich, dass Didi Mateschitz, um die Bekanntheit von Red Bull zu steigern, leere Red Bull Dosen in Mülleimern vor Clubs werfen ließ, um somit einen hohen Verbrauch von Red Bull zu inszenieren. Sehr schlauer Marketing-Gag. Heute eine gängige Marketingstrategie, um Getränke in der Gastro zu bewerben, ist das zur Verfügung stellen von Gratisproben. In den 80ern war das innovativ und so schaffte es Red Bull mit der Jugend- und Clubszene schnell Bekanntheit zu erlangen. Eine weitere strategische Meisterleistung war, den Energydrink von Anfang an als Premium-Getränk zu vermarkten. Red Bull gilt nämlich als Lifestyle-Getränk, das man sich gerne mal gönnt. Einen wesentlichen Teil zu diesem Image trug der Sport bei, aber später dazu mehr. Einen großen Anreiz, den Red Bull zu Beginn hatte, war, dass er als gesundheitsgefährdend galte. Ja, ihr habt richtig gehört. Es waren lange Zulassungsverfahren notwendig, bevor das Getränk überhaupt auf den Markt durfte. Manche Medien griffen das sozusagen als Verbot auf. Und nun folgte, was folgen musste. Es entstand ein riesiger Hype um das in Anführungszeichen verbotene Getränk. Für das Marketing und die Bekanntheit hat dieses Verbot Red Bull jedenfalls nicht geschadet, auch wenn es in vielen Ländern in Europa lange verboten blieb. 1988 kam es dann zum Einstieg in den Sport mit dem Red Bull Dolomitenmann, einem Härtetest für Athleten weltweit. Ein Jahr später, im Jahr 1989, kam es dann auch zum ersten Sponsoring von Red Bull im Motorsport. Der glückliche Athlet, der sich darüber freien dürfte, war der bekannte Rennfahrer Gerhard Berger. Seine Einstellung, seine Mentalität ist das, was mit Red Bull bis heute verbunden wird. Extreme Sportler, die bereit sind, an ihre Grenzen zu gehen, sie zu überschreiten, um einzigartige Siege zu erreichen, die Siegermentalität. 1992 kam es dann zur Einführung der beliebtesten Flugshow der Welt, die Red Bull Flugtage, wo sich kreative Köpfe überlegen konnten, wie man mit Technik und Muskelkraft das verbindet, um eine möglichst weite Distanz zu fliegen, bevor man ins Wasser knallt. Was wenige wissen ist, dass Red Bull bereits 1995 in die Formel 1 eingestiegen ist und zusammen mit dem Team sauber die ersten Schritte dort machte. Nun war der Grundstein gelegt für das spätere, so erfolgreiche Red Bull Racing Team. In den folgenden Jahren kam es dann noch zu einer weiteren hohen Anzahl an Events und Sponsorings, wo Red Bull in den verschiedenen Bereichen sich noch betätigen sollte. Egal ob Extremsport, Tanz, E-Sports oder Nischensportarten, Red Bull wird sein Engagement in den folgenden Jahren noch weiter steigen. Ein Gerücht, was sich bis heute hartnäckig hält, ist, dass in Red Bull anscheinend Stierurin sein soll, welcher das Taurin in den Energy Drink bringt. Das aber ist falsch. Taurin ist eine Aminosäure, die zwar in der Stiergalle vorkommt, welche aber von Red Bull synthetisch hergestellt wird. Trotzdem war Red Bull bis ins Jahr 2008 in Frankreich verboten und dort mussten sie, die das Taurin durch Arginin ersetzen. Jetzt stellt sich doch die Frage, wie viele Dosen füllt Red Bull eigentlich ab? Und die korrekte Antwort wäre keine. Genau, Red Bull füllt keine Dose ab. Red Bull lässt nämlich abfüllen und zwar von Beginn an. Die Abfüllung übernimmt die Firma Rauch in Vorarlberg. Für den US-Markt wird auch von Rauch abgefüllt, aber in der Schweiz. Side Fact, Red Bull ist der größte Abnehmer von Zucker in der Schweiz. Auch wenn Red Bull keine Dose selbst abfüllt, haben sie im Jahr 2021 9,8 Milliarden Dosen verkauft und sind somit der meistverkaufteste Energy Drink der Welt mit einem Marktanteil von ca. 50%. Red Bull ist also ein Energy Drink, der mit Sport wirbt und trotzdem wird er immer wieder gerne in Kombination mit Alkohol getrunken, also als Wodka Red Bull, Flügerl oder in der Schweiz als Gummiball und ist somit aus keiner Bar und keinem Club mehr wegzudenken. Auch die Aufschrift, nicht mit Alkohol mischen, führt eher dazu, dass es noch mehr den Reiz hat, es zu tun. Eine weitere heiß diskutierte Frage ist, steigert Red Bull eigentlich die Leistung? Und die kurze Antwort ist, ja. Studien haben nämlich belegt, dass Red Bull sowohl die mentale als auch die sportliche Leistung erhöhen kann. Zum Beispiel könnt ihr dank Red Bull mehr Gewicht auf der Bank drücken oder mehr Wiederholungen machen und ihr habt eine schnellere Reaktionszeit. Was hat Red Bull eigentlich die letzten Jahre sonst noch so gemacht? 2004 hat Red Bull die Wings for Life Stiftung gegründet. Diese Stiftung beschäftigt sich mit der Heilung von Querschnittslähmung. Was sicher auch noch zu erwähnen ist, ist, dass 2012 Red Bull einen Stratosphärensprung durchgeführt hat. Oder besser gesagt, Felix Baumgartner hat das für Red Bull getan und er sprang aus einer Höhe von 39 Kilometern auf die Erde zurück. Dieses Event war nicht uneigennützig, denn es haben 7,1 Millionen Menschen live im Fernsehen gesehen. Der Werbewert für diesen Sprung muss für Red Bull immens gewesen sein. Seit 2018 sponsert Red Bull auch Teams im E-Sport. Hier gibt es viele Gamer, die dank Red Bull höhere Reaktionszeiten haben. Nein, dort auch von Red Bull gesponsert werden. Trotz allem, was sich Red Bull aufgebaut hat, sollte auch erwähnt werden, dass das Unternehmen für diverse Sachen in mehreren Bereichen auch in der Kritik stand. Ein erwähnenswerter Teil ist sicher, dass bei den Extremsport-Events, die von Red Bull organisiert wurden oder teilweise durchgeführt wurden, teils junge Sportlerinnen ums Leben gekommen sind und das sollte nicht vergessen werden. Didi Mateschitz hat es in wenigen Jahren geschafft, aus einem kleinen Unternehmen, was 1987 eine Millionen Euro Umsatz gemacht hat, eine weltweit bekannte Marke zu machen, welche sich in diversen Bereichen engagiert und jungen Sportlerinnen die Möglichkeit gibt, ihre Träume zu verwirklichen. Fun Fact zum Abschluss, Red Bull musste einmal eine Strafzahlung in den USA von 13 Millionen Dollar zustimmen, weil das Unternehmen geklagt wurde, dass es gar keine Flügel verleiht. Wenn euch das Video gefallen hat und ihr die Gastronomie mögt bzw. aus der Gastronomie seid, dann abonniert doch diesen Kanal und erfährt jede Woche Neues aus der Gastronomie und Kulinarik. Ich bin Nick von Gloria T, euer Gastro-Kind.